Ahoy liebe Leute und herzlich willkommen zum dritten Part von Let's Play Donkey Kong Country 2. Letztes Mal haben wir es irgendwie geschafft den Korridulkessel zu durchqueren. Heute stellen wir uns dem Kremkai und sehen was uns da erwartet. Aha, sieht sehr sumpfig aus und wir spielen auch gleich das Level Sumpf der Fässer. Oh ja, das ist auf jeden Fall ein Sumpfgebiet. Oha. Sind wir hier in Florida oder was? Was ist das für ein Fass? Okay, mit Zeit. Ah, aber ich kann es selber lenken. Alles klar, das ist natürlich cool. Oh, Diddy. Ich bin nicht alleine. War das jetzt ein Fehler? Komm ich da noch rüber? Wo man fliegen kann? Ist das kein Problem. Oh Gott. Okay, irgendwelche Gespenster. So, immer ein bisschen. Gut, dass die Bananen immer zeigen, wo wir hin sollen. Äh, da unten ist bestimmt irgendwas. Ich will jetzt gar nicht wissen, was da ist. Jetzt ein bisschen zu risky. Junge, beruhige er sich. Was ist los da? Oh Gott. Haha, weggemacht. Okay. Äh, vielleicht darauf verzichten wir jetzt einfach mal. Und gehen einfach weiter. Jetzt weiß ich auch, warum es Sumpf der Fässer heißt. Das ist schon ein sehr besonderer Mechanic mit diesen Fächern hier. Oh, das ist wieder ein Gelber. Juhu. Nix da. Ah, Bananas. Danke für die Gönnung. Okay. Ja, okay, okay. Oh, das war, glaube ich, blöd. Oh, wieso glaube ich das? Ich weiß es doch. Ist das unfair? Und jetzt komme ich hier nicht mehr weg? Ich glaube nicht, dass ich da rechts auf dem Fass landen kann. Können es versuchen. Da einfach wieder rein. Ja, geht noch. Sehr schön. Dann schießen wir es mal einmal rüber und hoffen, dass das klappt. Ja, es klappt. Dixi, ich komme. Wo bist du? Ich rette dich. Oh, ich habe Rambi verpasst. Na gut. Wieso? Oh, zack, der Pfeil nach links. Ich weiß es nicht. Ah, okay. Auch sehr interessant. Sich hier um die Ecke zu schießen. Oh, was Neues. Oh Gott, jetzt schmeißen die mit Käfern. Oh, bloß weg. Darauf lasse ich mich nicht ein. Ja, kein Nix verstanden. Und probolös gemeistert. Oh Gott. So denke ich da immer nicht dran, dass da so eine Leute drin sind. Aha. So, die machen wir einfach mal weg. Ist ich jetzt sicher? Und nun? Okay, er ist verschwunden. Äh. Äh. Okay. Da ist irgendwie gar nichts. Achso, ich kann ja runter. Lol. Das ist ja ein Blättchen. War da rechts auch eins? War keins, oder? Nö. Kann ich doch auf die Fässer springen? Ja, Tatsache. Ich dachte, das wäre einfach von der Map so. Na gut. Oh Gott. Okay, okay. War das schon das G, dann kann das Ziel auch nicht mehr so weit fahren. Ich habe doch gar kein Jackpot gekriegt. Okay. Da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr aufpassen sollen. Ja. Guter Trick, dass man ihn so verschwinden lassen kann. Die Bonusrunde nehmen wir dann doch mit. Wenn die schon so günstig hier hängt. Find die Münze. Ja, gucke ich mal, ob die ich finden kann. Sollte klappen irgendwie. Zwei Sekunden ist ganz schön wenig. Aber es hat gereicht. Und noch eine Chemmünze. Nur noch vier Stück zu den 15. Dann können wir an den Clubber vorbei. Und gucken, was uns dieser Kiosk bringt. Feuer! Und wieder ein Leben gegönnt. Party time. Wuhu. Sumpf der Fässer abgeschlossen. Mal sehen, was als nächstes kommt. Glimmasgaleone. Okay. Wir begeben uns wohl ins Inneren des versunkenen Schiffes. Okay, wir müssen schwimmen und es ist furchtbar dunkel. Oh Mann, ich denke doch immer neue Schandtaten aus. Warum sind hier so eine Leute, die rumlatschen? Ich dachte, ich habe jetzt eher mit Fischen und so gerechnet. Zum Beispiel... Ach Gott! Okay, wir haben Anglerfisch am Start. Glimmer! Hey, was geht? Danke, dass du mir heimleuchtest. Kann ich sehr gut gebrauchen. Ist doch ein bisschen sehr duster. Und eng. Zumindest keine Lava. Das ist ja schon mal was. Aber Piranhas. Ah ja. Okay. Muss man sich ein bisschen zurechtfinden. Die engen Gänge und so. Oh Gott. Der roch. Ich glaube, ich warte mal... Genau, bis der zurückkommt. Also ist... Okay. Ah, man kann also doch manchmal durch Fässer durch. Ich wusste es doch. Das werde ich jetzt aber nicht überall ausprobieren. Die Bananen muss ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Wir haben genug Leben. Zumindest fürs Erste. Oh Gott! Lasst mich leben! Ich bin doch einfach nur durch. Ich habe gar nichts gegen euch. Könnt ihr in Ruhe und Frieden weiterleben? Was ist mit ihm? Oh Gott! Nein! Puffy ist geplatzt! Puffy, nein! So welche Kugelfische gibt es anscheinend denn wohl auch hier? Artilleriefische. Okay, so haben wir jetzt... Ach, die Bananen verwirren mich. Ach, die Münze ist mir jetzt auch egal. Ich will einfach nur durch. Ich will wieder was sehen können vernünftig. Ach, geil. Checkpoint. Immer wieder was Schönes. Ja, gut, dass hier immer Pfeile sind. Auch wenn ich Glimmer dabei habe... Okay, die verfolgen dann ein bisschen mehr, die Seesterne. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Auch wenn ich Glimmer dabei habe, äh... Es ist doch ein bisschen schwer zu sehen, wo es lang geht. Zwischenzeitlich. Oh nein, lasst mich in Ruhe. Habe ich doch gar nichts getan, Leute. Wir sind nur Taucher auf der Durchreise. Beachtet uns gar nicht. Ah, ganz schnell weg. Oh Gott. Okay, da wäre ich jetzt... Fast noch reingeschwommen. Ja, wir haben das Ende gesammelt. Juhu, das bringt uns ganz viel. Na gut. Oh, das ist nicht bemerkt. Ha, ha, ha. Sneaky. Okay, ja, das ist doch bemerkt. Aber zu spät, mein Freund. Oh Gott, einige Seesterne. Alles klar. Gut zu wissen. Ach, Leute, die hören ja gar nicht auf. Ganz schön hartnäckig. Nein! Wo will er hinschießen? Wo will er hinschießen? Oh. Junge. Denkt mir doch nicht so ein Schrecken ein. Okay, wird ein bisschen eng. Wir haben immer gesehen, der eine hat diagonal geschossen. Also man sollte schon ein bisschen gucken, wo genau die Stacheln hängen. Nein, Diddy. Sorry. Das war zu knapp. Das war schon zu knapp. Dixi, du schaffst das schon. Das Ziel kann nicht mehr allzu weit sein. Ja. Ich habe mir doch gedacht, dass da so einer wiederkommt. Okay, vielleicht liegt das auch einfach nur daran, wo man sich gerade befindet. Wie sie dann schießen. Schnell durch, vielleicht merkt er es gar nicht. Oh, merkt er auch gar nicht. Cool. Schon wieder eine Münze verpasst. Meine Güte. Und wir sind raus aus der Map. Das ist das Ziel. Oh Gott. Junge. Egal. Hauptsache durch. Wenn es so ein Stachelschwein noch aufhalten. Unmöglich. Okay, wir können wieder speichern. Das mache ich mal kurz. Und dann sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Level. Auf jeden Fall sind da oben wieder Funkys Flügel. Die brauchen wir natürlich nicht. Wir begegnen uns jetzt in den Sumpf des Wahnsinns. Oh mein Gott, noch den Sumpf. Diesmal sogar mit Wahnsinn. Oh, da ist einer mit Schwert dann. Uhu, Mr. Oh Gott. Okay. Der ist nicht so freundlich. Und wir haben Diddy wieder. Sehr cool. Und es gibt hier irgendwie so eine... Wie heißt es denn? Dinger? Sumpf-Heime-Dinger. Okay. Sehr praktisch. Einige Libellen. Ha! So nicht, mein Freund. Ich hasse dieses springenden Kremlins. Hört man so auf Nerv. Kriegen wir das K? Ja! Sehr gut. Ich habe doch auf, um mich rumzuspringen, Mann. Ich weiß nicht, wenn ich springe. Okay, eine Biene. Gehen wir auf Safe. Wir können ja durch die Gegend gleiten. Mit Dixie. Sollte ich vielleicht öfter mal machen. Okay, okay. Bloß nicht im Sumpf landen. Das ist wahrscheinlich nicht so gesund. Guten Tag, Herr Kremling! Oh. Auf Wiedersehen, Herr Kremling. Oh Gott. Ich dachte, er fliegt ein bisschen weiter. Das war knapp. Ich wollte zuerst ein bisschen kürzer springen. Oh Gott, Mann. Ihr blöden Bienen. Aha! Hier sind die Krokodile, die immer untergehen. Gut zu wissen. Ach, weißt du was? Ich kann fliegen. Ich habe eure Hilfe gar nicht nötig. Da kann ich ein bisschen auch rüber. Ja. Ja, Diddy. Er, Diddy. Dixie ist schon so ein bisschen Cheater Girl. Das ist natürlich sehr praktisch. Hui. Okay, wir haben eine Spinne vergessen. Die heißt übrigens Squidder. Habe ich nochmal rausgefunden. Squidder, wo bist du? Hier warst du auf jeden Fall nicht. Ein Krokodilfass. Okay. Was sagt uns das? Aha! Das ist ja interessant. Jetzt haben wir hier Krokodile. Das ist ja auch eine sehr witzige Idee. Egal. Haben wir die Münze halt nicht gekriegt. Kann ich mit leben. Ja, und schnell. Oh Gott, einige. Okay. Könnte noch ein bisschen klapper werden wahrscheinlich nachher. Oh Mann. Aber bis jetzt kommen wir ganz gut voran. Ach, da sind wieder so eine... Leute, die wir auf den Galilionsplanken getroffen haben. Ich wollte gerade sagen, scheiß auf das N, aber wir haben es doch noch gekriegt. Kann ich auf den raufspringen? Ja, kann ich. Sehr gut. Dann machen wir das natürlich auch. Safety first. Ja. Wir kommen ganz gut durch. Wir kommen ganz gut durch. Hätte ich zuerst gar nicht erwartet. Oh, eine Biene. Gut, dass sie gerade genau so fliegt, wie ich sie gebraucht habe. Oh Mann. Oh Mann. Nur ein bisschen Panik. Aber wir leben noch. Und das ist das Ziel. Biene, lass mich in Ruhe. Ich spring einfach mal. Und hab sogar das G gekriegt. Kong komplett. Extra lame. Yeah. Und Sumpf des Wahns ist abgeschlossen. War gar nicht so einfach. Aber uns hält natürlich nichts auf. Und weiter geht's in die Klapper-Misere. Oh, ein Schiff. Okay. Wir bewegen uns gleich rein. Ein Schlangenfass. Okay. Und wer sind die Schlange? Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die heißt. Ist ja cool. Ist natürlich auch eine witzige Idee. Jetzt reiten wir nicht auf der Schlange. Jetzt sind wir einfach die Schlange. Ist die vielleicht sogar Klapper? Man weiß es nicht. Natürlich sein. Das Level, der Level-Namen auf jeden Fall Sinn machen. Und... Och da! Dadurch haben wir natürlich nicht das Risiko, dass wir unsere Schlange irgendwann mal verlieren. Sehr praktisch. Ach Gott. Oh Leute. Klar, dass die springenden Gegner ja unsere Hauptgegner hier werden. Aha. Jetzt habe ich keine Angst vor. Ich blöde ein Bien. Oh Gott, Leute. Ich kann zwar hoch springen, aber so hoch dann auch nicht. Okay. Wir kommen ganz gut voran. Wir haben mal so mit. Da unten scheint irgendein Geheimgang zu sein. Ja. Tatsache. Sehr cool. Bonus-Ronde. Oder auch nicht. Ist auch okay. Kriegen wir das um? Oh, ja. Sehr gut. Wuhu. Party-Mucke. Yay. War echt Spaß. War was ganz anderes mit der Schlange. Und schon Jackpunk gefunden. Sehr cool. Das geht auch. Oh, das ist ein Kanon-Fürzi. Na gut. Ich habe gehofft, er schießt Fässer. Das hätte geklappt. Okay. Ist die Biene betrunken, oder? Wieso fliegt sie so komisch? Oh Gott. Jetzt kommen grüne Springer. Okay. Die sind wahrscheinlich irgendwie besonders. Ah, okay. Hier hätten wir das Enden mitnehmen können. Äh. Ja. Waren wir dann doch ein bisschen zu risky. Ich glaube, das soll einen einfach nur ablenken. Dass die so in Wellen vorm Fliegen. Oh Gott, Leute. Ja, ja. Spring oben aus dem Bildschirm raus. Okay. Der kommt gar nicht wieder. Okay. Auf Nummer Wiedersehen. Anscheinend haben die einfach nur eine andere Farbe. Oh, ich gehe mit einem blöden Kanon-Kugeln. Das einzige Mittel, das mir gefährlich werden könnte. Ja. Nein. Oh Gott. Ich dachte, ich hätte kein zweites Leben mehr. Ein bisschen Panik gekriegt gerade. Oh Gott. Okay. Dann müssen wir die Fässer wohl mitnehmen. Alles klar. Oh Gott. Oh. Na gut. Obwohl wir uns durchgehen sollen. Ich dachte, so kann ich springen. Ich versuche das End diesmal mitzunehmen. Ja. Diesmal haben wir das End gekriegt. Und geht gleich weiter. Ach. Okay, diesmal kam er wieder. Gut zu wissen. Habe ich den anderen wohl anders. Weg geht. Triggered. Nächster. Ich kenne eure Tricks. Mich kriegt ihr nicht nochmal damit. Die springen. Oh Gott. Ihr kriegt mich doch noch. Aber wir haben Kong gesammelt. Sehr geil. Extra Leben. Gönnen wir uns. Oh, reicht das noch? Ja, es reicht noch. So. Diesmal nicht, mein Freund. Diesmal nicht. Ich hüpfe einfach gemütlich durch. Und unsere Schlange ist weg. Oh, ein Dexifass. Gut, dass ich Dixi habe. Actually. Na gut. Nehmen wir uns eine Münze. Gönnen wir uns. Ja, ich höre dich. Ich hole dich gleich wieder, mein Freund. Klapp auf Misere abgeschlossen. Weiter geht's. Mit dem nächsten Level. Das ist wieder Clubbers Kiosk. Aber wir haben nicht genug Münzen. Deswegen gehen wir weiter in die... In den Kletterschleim. Okay. Ist nicht so appetitlich an. Äh. Okay. Da unten ist ein Piranha. Und Wasser. Okay. Das sieht schon sehr stressig aus. Irgendwie das Gefühl, wir müssen uns beeilen. Deswegen mach ich das einfach mal. Ja, da kommt das Wasser nämlich schon. Okay. Das könnte tatsächlich sehr stressig werden. Ach, kriege ich den nicht weg. Und drauf an. Ich glaub, das Wasser wird aber immer getriggert. Also da haben wir ein bisschen... Freiraum hoffentlich. Und hoch. Okay. Hier muss man sich dann doch ein bisschen beeilen wahrscheinlich. Ach, das Wasser steigt immer mehr. Junge. Steht man euch den Weg rum. Okay, es geht nur bis hier. Schwein gehabt. Da drin will ich nicht landen. Kann hier über Wasser steigen. Sind Süpfer nicht ein stehendes Gewässer? Oh Gott. Ich bin so blöd. Ich wollte eigentlich springen, aber irgendwie wollte sie das nicht. Junge. Alter Schwede. Okay. Das könnte ein bisschen schwieriger werden. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Mann, der Decke immer. Oh, da hab ich mich hochgeschafft. Was ein Gönner. Manchmal können sie dann doch ganz nett sein. So. Mit dir werden wir das jetzt irgendwie schaffen, hoffentlich. Nicht? Ja. Diesmal ist er gesprungen. Oh Gott. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Egal. Oh Gott. Diese Panik und dann diese Leute, die man nicht sieht. Ja. Oh Gott. Okay, wir leben noch. Wir leben noch. Und zwar passe ich ganz viele Bonusfässer. Aber ist denn so? Aber wir haben den Jackpoint erreicht. Ist schon mal sehr gut. Und Diddy ist wieder da. Oh Gott, wieso soll ich denn noch unten? Oh Gott. Oh Gott. Ich will doch mal oben. Ja. Ja. Wir kommen ganz gut voran. Oh. Einfach weitermachen. Ich weiß, was uns noch erwartet hier. Ich fliege aber mal rüber. Ha. Wenn man es schon kann. Sollte man es auch machen. Oh. Ich kann nicht auf euch blöde Gegner achten. Zu klettern. Ja. Kommt voran. Oh Gott. War das knapp. Egal. Ich muss es ein bisschen riskieren. Oh. Ja. Leben. Lasst mich. Oh Gott. Ich bin noch gekommen. Okay. Okay. Alles cool. Alles cool. Gar kein Problem. Wie man sieht. Überhaupt keine Panik. Alles easy. Egal. Kanonenkugel nehme ich mir jetzt nicht mit. Da habe ich keine Zeit für. Oder wahrscheinlich schon. Aber. Na gut. Hätte ich Zeit für gehabt. Aber sicher ist sicher. Ein bisschen Respekt vor diesen blöden Piranha. Das nehmen wir mit. Und gehe gleich weiter. Könnte ich wahrscheinlich auch schwimmen. Aber es ist mir Wayne. Ich wäre einfach nur durch. Ach. Da hätte ich noch eine Donkey Kong Münze gekriegt. Dafür ist es gut. Okay. Beim nächsten Mal weiß man es dann besser. Aber. Hauptsache. Wir haben es geschafft. Irgendwie zu überleben. Und das ist wieder Swanky Kong. Haben wir genug Münzen. Um ein bisschen. Zu gamble. Seid ihr aufgeregt? Kein Problem. Wir stehen alle hin. Ich drink fast die Darm. Yeah. Gut. Dann probieren wir mal Funkys Fun. Was kann euer Freund? Die Schlange bis an es geht. Witze erzählen. Hast du das mal gehört? Der ist sehr witzig. Sehr hoch springt natürlich. Okay. Jetzt geht es weiter. Wie heißt der Level? Nehm euch ein Fisch mit seiner Tärchenlampe. Und was erleuchtet. Äh. Glimmer Skaleone. Gut. Aber ich habe noch eine Frage. Das war Klubber. Und ein extra Leben. Gerne. 35 haben wir schon. Versuchen wir auch gleich, dass wir uns die anderen vielleicht gönnen. Swampy Spiel. Wie viel... Mit wie vielen Leben beginnt ihr das Spiel? Oh, ich weiß es gerade wirklich nicht. Mit 5, glaube ich, oder? Stimmt genau. Und die nächste Frage. Welchen Knopf drückt ihr am euren Freund auf eure Schulter zu heben? Äh. Um euch das mal zu sagen. Es ist der A-Knopf. Stimmt genau. Hier die nächste Frage. Wer heißt das Freund hier in Renauce Ross? Hat man in dem Spiel noch nicht erfahren. Eine fiese Frage. Aber wir kennen das erste Spiel. Es heißt Rambi. Schon kriegen wir zwei Leben extra dazu. Oh Mann. Wir gönnen uns ordentlich. Und machen auch gleich das Primatenquiz weiter. Wie lebt der Name dieser Welt? Äh. Es ist der Kremkai. Krokohausen. Auch gut. Okay. Jetzt geht es weiter. Wie heißt euer Freund, der Papagei? Der Papagei heißt Tomahawk. Natürlich. Äh. Er heißt Squawks. Gute Antwort. Weiter geht's. Wie viele Flugzeuge hängen in der Kongstuhl von der Deckhill? Ich weiß es tatsächlich nicht. Zwei. Ja. Richtig gerannt. Und drei extra Leben. Wieder uns ordentlich gegönnt. Alle Fragen beantwortet. Und wir können weitergehen. Mit 40 Leben. Soll das ganz gut sein. Besucht mich mal wieder. Für euch sind wir geöffnet. Danke dir. Swampy. Äh. Swampy. Swanky. Und weiter geht's in die Affen-Action. Haben wir die nicht schon die ganze Zeit? Bin ich ja mal gespannt. Okay. Wir sind in irgendeinem Dornmeer. Das sieht sehr viel nach... Okay. Das Fass bewegt von selber. Aha. Sehr interesting. Aber die Level kenne ich natürlich... Tatsächlich noch von früher. Wollte ich gerade sagen. Zumindest... Das Konzept. Kann auch gut sein, dass ich vergesse, wie das Level an sich weiterverläuft. Also erwartet nicht, dass das fehlerlos weitergeht. Das müsst ihr bei mir eh nicht nie erwarten. Geht mal oben lang, dann kann man besser gucken. Auch sehr schöne, entspannende Musik auf jeden Fall. Oh Gott. Hätte ich noch ein bisschen doof gedrückt. Ach, da ist ein O. Ja gut. Da verzichten wir jetzt einfach mal drauf. Ich will durchs Level. Wer muss unten lang? Oder O? Sieht nach unten aus bis jetzt. Ja. Alles klärchen. Na gut. Sieht doch nach oben aus. Aber wir haben uns eine Münze gegönnt. Können wir bei Swanky das nächste Mal wieder schön einlösen. Gut. Dann holen wir uns das O eben. Okay, wir haben das K gar nicht. Gut. Hätte ich mir denn doch sparen können. Ich will doch nur den Weg finden. Ach, das sieht gut aus mit den Bananas hier. Ja. Ach Gott, die werden auch immer schneller. Immer ein bisschen vorsichtig gehen. Nichts überstürzen. Wenn ich mich einmal in die Stacheln schieße, ist es wahrscheinlich vorbei, weil ich da nicht mehr so schnell wieder rauskomme. Ach Gott, jetzt drehen sie sich hier ganz. Das sind natürlich meine Lieblingsfässer. Die kennen sie. Und ich schieße mich gleich zweimal rein. Weg kennen die nicht. Oh Mann. Okay, und schon sind wir wieder bei dem rotierenden Fass. Ach Mann, oh wieso? Warum bin ich so blöd? Dixie, ich lasse dich nicht sterben. Hoffe ich zumindest. Ich muss sich einfach ein bisschen mehr konzentrieren. Dann wird das schon gehen. Oh, es hat geklappt. Zumindest bis hier. Wer weiß, was uns noch erwartet. Mann, jetzt muss ich die wieder kriegen. Okay. Einfach gerade sagen, wie soll ich da hinkommen? So geht's denn wohl. Okay, okay. Bisschen Rätsel. Soll ich mich da hinschieße? Ich muss mal gucken, was da oben ist. Okay, okay. Man scheint nichts, wo wir weiter können. Äh, passt nicht runter. Mach ich nicht. Na gut. Dann halt nicht, dann gehen wir wieder in Umweg. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie rumkommen. So. Nö. Wollt ihr mich nicht weiterlassen, Leute? Äh. Okay, irgendwie hab ich's noch nicht verstanden so richtig. Obwohl, ich glaub ich hab's. Ich hab's. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Vielleicht muss ich doch da hoch oben lang. Ich muss doch irgendwie zu dem Fass da unten kommen. Aha. Ich glaub, jetzt haben wir's. Ich glaub, jetzt haben wir's. Ja. Sehr gut. Oh Gott. Ich hab's doch noch geschafft. So, für die alle, die es gesehen haben, wie's geht. Ich hab mich da mal wieder ein bisschen blöd angestellt. Ach, nicht die Tränen. Deswegen mag ich die Tränen nicht. Was, eigentlich, wenn ich da rechts lang geh? Ist da irgendwas Spezielles? Ein Tränen ist Fass. Okay. Äh. Scheiß auf die Münze. Ich will wieder zurück. Gut. Diesmal hab ich mich zumindest so schlau angestellt, dass ich Dixi und Diddy noch habe. Muss ich einfach ein bisschen konzentrieren, dann wird das schon. Trotzdem nicht ganz so einfach. Oh Gott, endlich. Ich dachte schon, hier gibt's gar keinen Checkpoint. Ja, okay. Okay. Oh, wieder die Fässer. Ach. Ich hab mich so vermisst. Und doch ein bisschen mehr... Zeit. Zum Updraggen. Oh Gott. Wieso steb ich oben nicht? Oh Gott, jetzt war ich... Jetzt bin ich in Panik. Jetzt bin ich in Panik. Ich wusste nicht, dass es ein Drehen ist. Ich dachte, ich kann ganz schnell hochschießen. Ja? Ja? Oh Gott. Ich sehe mich jetzt schon... ...wieder neu starten aufs Level. Ach ne, Biene. Ich warte lieber nach ne extra Runde. Los! Geh weg da. Los! Natürlich mal blöd, wenn man Dixi oder Diddy nicht mehr hat. Dann ist man umso vorsichtiger. Oh, Bohnen unter den Füßen. Was ist das denn für ne Gönnung? Ach, geh weg. Es ist gar nicht, dass es sowas hier gibt. Okay. Ah, da links ist wieder Bohnen. Aber Hauptsache, die drehen sich schon wieder. Krieg gleich nen Drehwurm. Ha, ha, ha. Ja? Leben! Ich wähle das Leben! Was, wenn ich da oben reinspringe? Bin ich denn tot? Ich hoffe nicht. Sieht bis jetzt aber ganz gut aus. Ja, wir kommen schon irgendwie durch. Äh. Ja, wir nehmen einfach mal den Weg weiter. Keine großen Umwege jetzt. Leben ist wie immer wichtiger. Okay, wahrscheinlich soll ich da hin gelangen und dann da. Sieht gut aus. Ja. Äh, das war falsch. Ich will nach oben. Genau. Okay, da sind die Caymanze. Zu wissen, aber wahrscheinlich will ich die nicht bekommen. Okay, ich bin wieder verwirrt, Leute. Da lang? Gute Idee. Ist das was Gutes? Glaub ja, oder? Glaub nicht. Oh. Sorry, Leute, kann ein bisschen dauern. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Jetzt sind die Bananen noch alle weg. Ah, da unten sind noch welche. Komm ich da hin. Okay, da muss wohl irgendwie hin. Bisschen über Umwege, aber das sollte machbar sein. So. Ich glaub, es sieht gut aus. Ich glaub, es sieht gut aus. Ja. Ja, wir haben den richtigen Weg gefunden. Und Feuer. Oh, nee. Schon wieder. Dass ich Dixie auch noch nicht gefunden hab, das macht mich ein bisschen verrückt gerade. Nein! Warum denn nur? Nein! Und schon sind wir wieder da, wo wir eben waren. Diesmal hab ich Diddy verloren. Ich weiß auch nicht, wie ich das immer hinkriege. Gleiches Problem. Diesmal versuch ich aber auch nicht zu drücken. So, und wir sind wieder an der gleichen Stelle. Diesmal hab ich Diddy und Dixie noch dabei. Oh, das muss doch einmal klappen, ohne dass ich mich zu blöd anstelle. Bitte, bitte. Bisschen bin ich doch auch wieder... Bravo, Lü ist durchgekommen. Kommt schon. Natürlich nicht. Aber diesmal haben wir zumindest Diddy noch. Ach Gott, ich hätt schon wieder verkackt. Leute! Ist ja nicht überraschend oder so. Wo bist du, Dixie? Egal, ich will durch. Ich hol dich später wieder. Ach, wir haben's doch irgendwie geschafft. War stressiger, als ich dachte. Und schon sind wir wieder am Ende angelangen. Und stellen uns Kuttgills Herausforderung. Hallo, Kuttgill? Oh Gott. Ist etwa... Der Bruder von Klubber? Sieht ganz so aus. Okay, er springt und... ...betäubt uns aber auch gleich, wenn er landet. Wir müssen aufpassen. Oh, er ist so nett und gibt uns einen TNT-Fass. Er ist ein Gönner. Wieso? Ich dachte, er springt da runter, wo ich bin. Anscheinend nicht. Okay. Wenn es so weiter geht, sollten wir es hinkriegen irgendwie. Ha! Treffer versenkt. Da guckst du, Blöde. Okay, anders kommt man dem auch nicht bei. Gegen Klubber kamen wir auch nicht weiter. Was ein Tier. Den Fass, los. Sei so freundlich. Dixie, du schaffst das schon. Wir brauchen Dillys Hilfe nicht. Nicht unbedingt. Oh Gott. Oder vielleicht doch. Oh, komm schon. Nein! Das ist sehr random, wo er herkommt. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Gleich wieder rein. So leicht gehen muss ich geschlagen. Sind wir auch schon wieder zu zweit. Pass mal auf, ich krieg's schon her. Wie das sich verhält. Irgendwie springt er da runter. Dann springt er nochmal da runter. Okay. So, ich hab's nicht verstanden heute. Aber anscheinend sind wir in den Ecken ziemlich safe. So weit springt er denn doch nicht. Boom. Da guckst du. Hast du nicht erwartet, wa? Wir laufen einfach hin und her. Wird schon richtig sein. Oh Gott, der hat ein ganz schön reich weiter. Mal ein bisschen aufpassen. Ja. Und Double Treffer. Ja, durchschaut Junge. Was willst du machen, hä? Der wird schneller. Gut, das soll er machen. Oh Gott. Das schnell trifft mich. Nix da. Boom. Na, wie lange hält's noch aus? Okay, er springt jetzt einfach so. Nein. Ist natürlich leichter abzusehen, wo er landet. Wieso? Bam ins Face. Ja. Und Boom. Boom. Scheiße, er will noch nicht aufgeben. Zumindest hartnäckig. Sehr hartnäckig ist er. Und er wird fix. Aber durchschaut Junge. Durchschaut. Keine Chance. Gegen die Kong-Bande. Und dahin fällt er. Bye bye. Plant schön weiter im Sumpf. Denn du hältst uns nicht auf. Wir werden Donkey Kong befreien. Und wenn's das letzte ist, was wir tun. Und damit haben wir den Kremkai endlich abgeschlossen. Wir haben's irgendwie durch diesen Sumpf geschafft. Und das nächste Mal kommen wir dann tatsächlich ins Kremland. Und zwar ins tiefe Kremland. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal. Peace, Leute. Ich bin raus. Bye bye. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.